Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute sind wir auf der zweiten Etappe unterwegs. Diese ist etwa 19 Kilometer lang und geht von Lautenbach bis nach Ottenhöfen. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Hallo und guten Morgen. Heute soll es trocken bleiben und das ist auch gut so. So gibt es auch dann wieder viele Outtakes. Untertitelung des ZDF, 2020 In dem Gasthof zum Kreuz in Lautenbach, in dem wir geschlafen haben, können wir auf jeden Fall empfehlen. Da spricht der Chef noch mit dem Gast. Daumen hoch dafür. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch etwa 5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns relativ gut gefallen, vor allem wegen der Landschaft. Bei der Aussichten war diesmal nicht so viel. Da ihr es ja selbst gesehen habt, war es sehr, sehr neblig. Und so weiter gehts mit derart, wenn man dann auf jeden Fall kann, wenn man das mit der Glocke gegenseitigt wird. Hier ist ein Jahr, wie die Eure, die Eure sind ja im ganzen Fall sehr, sehr neblig. Und jetzt werden wir uns über die Eure sind. Und jetzt können wir anfangen, wenn wir uns über die Eure sind also noch über die Glocke vorbe, die Eure sind doch gar nicht mehr so gut ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben jetzt noch etwa 5 Kilometer und dann sind wir auch schon an unserer Unterkunft. Noch etwa 5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder an unserem Ziel. Zurzeit geht es nur noch bergab, bis wir am... noch etwa 5 Kilometer, dann sind wir wieder am Ziel. Momentan geht es nur bergab, so bleibt es auch, bis wir wieder am Ziel sind. Die Tour hat uns relativ gut gefallen. Schreibe ich ihn jetzt? Das ist auch nicht ein Netz.